Willst du mein Pferd noch da? Bitte, 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 bitte? Nö, das Pferd hatte ich nicht lieb. Der Himmel ist blau und der Rest deines Lebens liegt vor dir. Vielleicht wäre es schlau, dich ein letztes Mal... Leute, ich bin's wieder, der Drombus, ich bin Stonebreaker. Yay, hi. Ja, und auch, hi. Ich bin immer nach unten in der scheiß Höhle drin, ne? Ja. In der Suche, auf der Suche nach Lapis Lazuli und Dias. Dia. Ja, Dia. Was er da macht, weiß ich nicht. Wie es aussieht, nur an seinem Haus rumbasteln. Aber was soll's. Ist seine Sache, was er da baut. Ja. Aber noch mal kochen. Ich bin der Spitzhack kaputt. Holz geht ein. Licht. Gott sagt, es werde Licht. Es werde Licht. Doch, auf der Schalter nicht, so. Ich werde nicht. Nein, das war jetzt nicht so geplant. Nicht. Oh, wo ist es jetzt noch? Ah ja. Jetzt haben wir wieder jede Menge Steine hier ein. Nur die Dias sind alles, die verstecken sich. Musik. Musik. So. Okay, die Seite haben wir geniechen. Ist der Knie immer noch da? Nö, ich hab das getötet, aber da kommt immer wieder welche auf meinen Garten drauf. Die können auf zwei Blöcke hochspringen. Du darfst kein Essen auf der Terrasse liegen lassen, dann kommen sie auch nicht. Haha. Ich hab kein Essen da liegen gelassen, ja? Also, ist nicht so frech. Aha. Ja, ich hab was gefunden. Mit Kisten drinnen. Ich hab ein Sandtempel gefunden. Ah, häng mit dir. Juhu! Tadadaada. Tadadaada. Tempel gefunden. Tempel gefunden. Der Tempel, guck mal, der ist eingerichtet. Der ist eingerichtet. Der ist eingerichtet. Das ist meiner, den hab ich schon fertig gemacht. Manche hätte auch schon mal so ein Tempel auf der Welt gesehen. Ah, ne doch nicht. War ein anderer Welt, sorry. Nicht vertragen. Vielleicht auch die Pursa-Blade. Vielleicht auch die Druckplatte. Das hat man schon abgebaut. Jetzt hab ich erstmal schöne Items. Ach man, Knochen. Die Knochen kannst du mir die Hälfte mal abgeben. Ich muss jetzt stehen, ich muss noch Geld brauchen. Ja, keine Rüstung. Echt? Tiers! Gold! Eisen! Knochen! Oh je. Oh je. Kriege ich die Hälfte vom Gold und die Hälfte von der Knochen? Ja. Gut. Und das Tee, was du da abbauen tust. Das wäre auch ganz toll zu haben. Ein bisschen. Ja, okay. Noch ein Tier und Sattel! Ja, schrei noch lauter. Eine Fledermaus, so wie süß. Oh ja, bravo. Wow. Oh ja, bravo. Wow. Oh ja, bravo. Wow. Kohle. Bravo. Sie haben Kohle gefunden. Bravo. Glückwunsch. Ich nehme jetzt erstmal Tinti. Ja. Ui! Yeah! Wunsch auf ja Dias. Wunsch auf ja Dias. Dias! 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 So. Ui! Habe ich Blöcke? Ja, habe ich Blöcke. Sand. Und außerdem, ich kann mein Pferd gleich eine Rüstung geben. Tu das doch. Und einen Sattel. Du musst nur noch ein Seil machen, damit du auch dauerhaft festbinden kannst bei dir. Hm? Was? Du musst nur ein Seil, damit du festbinden kannst. Oder ich denke, es ist in mein Haus rein. Da muss ich aber die Tür vergrößern. Oder die Treppe hochlochen. Nein. Nein. Klack, klack, klack. Also die Treppe muss ich verkürzen. Willst du noch irgendwelchen Blut? Blut, Blut! Ich habe 9 Dias, 4 Dias, 23 Gold, 11 Eisen und 9 Tinti. Aha. Gelodet. Und ich habe jede Menge Knochen gelodet. 19 Stück. Hm. Können wir mal demnächst Wölfe fangen. Wölfe! Und ich habe wieder auf die Fluss Kapitel переживают. Ja. Ich habe weiterfragen, wenn mir elbenhörbeden Martin Fall . Ja. Was willst du denn? Was? Ich wollte gerade Wasser abzügetern, als wenn ich das da trinke. Irgendwie gibt das die Kälte. Weil wir von Sklo die Höhle. So. So. Okay, das war schon wieder Mittelfall, oder? Ich muss mich erst mal hochbauen. Du hast noch 0 Minuten. Nun. Nun. So. Jetzt habe ich hier Eisen. Einen Sattel brauche ich. Das geht. Dalalalalala. So. Du wolltest Knochen. Ja. Du wolltest Hälfte von Tinti. Und Hälfte Gold, ne? So. Extra groß. Teste. Auffällig. Und ich bin jetzt wieder hoch. Die suche schon anders mal. Wie. Wie fast das noch gut ist. Bitte ist mein Pferd noch da. Bitte, 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 bitte. Ist er da? Nö. Das Pferd hat dich nicht lieb. Das müsste jemand bei mir sein. Kann ich gleich sagen. Dann bin ich raus aus der Höhle. Dann bin ich raus aus der Höhle. Hallo? Pferd? Nein, mein Pferd. Abgehauen? Ich weiß nicht, wo das ist. Können wir mal zeigen? Home sweet home. Ja. Ich glaube ich hab... Ach ne, wir waren grau scharf. Das war für ein Pferd. So, liebe Leute, das war's. Ich bin zu Hause. Der Stonebecker darf sein Pferd suchen, was verschollen ist. Ja. Wir sehen uns das nächste Mal. Ciao, ciao.